Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserer Tutorial-Reihe, wo wir ja einen kleinen Hacken-Slash-Controller mit dem Gegner basteln. Ihr habt es schon vielleicht gemerkt, der ein oder andere, dass Montag keine Folge rausgekommen ist. Momentan ist bei mir viel privat los, einfach. Ich habe momentan einfach nicht wirklich die Zeit, die Tutorials zu machen. Ich möchte das Ganze aber jetzt auch nicht hier im Sande verlaufen lassen. Und deswegen, denke ich mal, werde ich das so machen, dass in Zukunft, also solange sich das bei mir privat ein bisschen beruhigt hat und ich ein bisschen mehr Zeit habe, erstmal nur einmal in der Woche eine Folge rauszubringen. Ich sage mal, viele Folgen gehen ja nicht mehr, bis wir das soweit haben, dass wir halt quasi einen Gegner haben, den wir auch vernünftig angreifen können. Bloß aber, dass ihr schon mal so Bescheid wisst. Wie gesagt, ich werde jetzt immer Freitag eine Folge rausbringen, dann habe ich einfach ein bisschen mehr Vorlaufzeit, um dann halt auch die Folge aufzunehmen. Weil wie gesagt, momentan arbeitstechnisch, aber auch privat ist bei mir extrem viel los. Dann geht jetzt auch wieder die Weihnachtszeit los. Also wird echt schwer, das alles ein bisschen unter den Hut zu bringen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, machen wir Freitag eine Folge, bevor das ganze Projekt hier stirbt. Ja, deswegen würde ich sagen, fangen wir auch an. In der heutigen Folge soll es darum gehen, dass unsere Spinne auch quasi eine Helfbar kriegt. Und Helfbar haben wir ja schon mal beim Spieler gebaut. Hier ist es ein bisschen anders. Wir wollen das nämlich so machen, dass die Helfbar quasi über der Spinne ist. Und ich würde sagen, ja, wir fangen einfach mal an. Wir brauchen ein paar Variablen. Wie gesagt, ich habe das Ganze ja hier schon wieder vorbereitet gehabt aus meinem alten Projekt. Hier seht ihr das im Endeffekt, was wir haben. Ich habe das Ganze unter AI-Settings gespeichert. Das können wir auch machen, wenn wir möchten. Und zwar haben wir einmal hier Max-Helf und halt Live. Ja, also können wir nennen, wie wir möchten. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Variablen in der Hinsicht, also Integer-Variablen. Dann werden wir das Ganze mal jetzt hier starten. Wir sagen erst mal Max-Helf. Das Ganze als Integer-Variabel. Compilen das. Und ich habe hier 50 genommen. Da das ein Gegner ist, also es ist jetzt kein Boss-Gegner oder so. Und ich habe, glaube ich, die Schläge mit 15 gemacht. Also so, dass er nach drei, vier Schlägen halt stirbt. Ja. So, dann brauchen wir halt noch eine Variabel. Können wir Live nennen. Das ist also das aktuelle Leben, was er hat. Und zum Start hat die Spinne natürlich auch 50. Und damit haben wir das schon mal soweit fertig. Wir machen jetzt noch ein neues Widget. Auch das kennt ihr ja schon, Widget. Ja. Gucken wir mal. User Widget. Und das nennen wir mal um in Enemy-HP-Bar. So, dann öffnen wir das. Wir wollen ja, dass die Health-Bar über den Gegner ist. Deswegen brauchen wir jetzt hier kein Canvas. Wir werden jetzt einfach hier Progress-Bar nehmen. Die setze ich uns hier ran. Hier haben wir sie. So sieht sie aus. Gucken wir mal hier rauf. Wie gesagt, so sieht das Ganze aus. Wir haben jetzt hier eine Fill-Color. Momentan ist das Ganze eh gebeindet. Aber die Fill-Color müssen wir halt hier auch einsetzen. Da habe ich ja so einen rötlichen Ton genommen. Na, also wenn ich jetzt sage mal hier eins, dann ist sie ja voll. Wir haben null. Und wir wollen so rot halt. Naja, das ist jetzt nicht wirklich rot. Ich glaube, ich nehme einfach, ich nehme einfach hier die Werte, die ich da habe. Könnt ihr auch, wie gesagt, ihr könnt ja das Video gleich mal kurz pausieren. Dann könnt ihr euch die rübernehmen. Oder ihr sucht euch da selber. Das, ja, die Farbe halt raus. So, dann haben wir das hier auch. Also wie gesagt, das ist jetzt den Rot-Ton, den ich haben möchte schlussendlich. Und wenn ich jetzt auf eins gehe, dann ist es so. Und ja, das ist das Ganze im Endeffekt. Compile wir schon mal. Und natürlich müssen wir das Ganze wieder in eine Funktion zufügen halt. Dann machen wir einfach mal bei uns hier bind, create binding. Dann ist das hier das Ganze. Das ist die Function. Gucken wir mal, ob er das diesmal macht. Letztes Mal hat er sich ja ein bisschen blöd dabei gehabt. So, getHP wollen wir haben. Gehe auch mal hier in den Graphen. Und zwar haben wir hier health, max health. Also die beiden Variablen brauchen wir. Das sind beide Fruit-Variabeln. Das wird dividiert. Wie gesagt, das kennen wir schon. Und das soll dann hier rein. Bloß, ich muss mal ganz kurz gucken. Das war das Falsche. Wir wollen natürlich nicht die Farbe binden. Ja. Create binding. Das wollen wir haben. Die lösche ich einfach. Denn hier getHP. So ist es richtig. So haben wir dann hier auch die Fruit-Variable. schlussendlich. Und wir brauchen halt jetzt ja, noch zwei Variablen dazu. Das ist einmal die health-Variable und einmal max health. Also health als Fruit. Und dann max health. Ebenfalls als Fruit. So, der Rest, wie gesagt, das kennen wir eigentlich auch schon. Wir machen hier getHelf. Dann getMax health. Dividieren, einfach Shift und dann D7 drücken. Oder halt auf dem NumLock. Auch das kennt ihr. Nichts Neues. Na, komm ran da. So, und dann geht die da rüber. Dann sind wir damit eigentlich auch schon fertig. So sieht das Ganze aus. Wir gehen jetzt hier in unsere Bühne wieder rein. Ja. Und ich habe hier quasi ein Widget reingezogen mir. Das werden wir jetzt auch machen. Wir machen add Widget. So, nun ist das Ganze ziemlich groß. Na. Ähm. Wir sagen hier 54. So. Dann haben wir hier eine Draw Size. Die machen wir 100. Und hier machen wir sie einfach nur 12. Und dann haben wir quasi unsere Helfer. Wir müssen jetzt natürlich noch das Ganze, äh, unsere Widget Class, die wir gerade erstellt haben, hier, die müssen wir natürlich noch dazufügen. Und zwar, haben wir hier Widget Class. Einfach reinführen, Compilen, Saving. Dann passt das. Dann gehen wir auf unseren Event Graph hier in der Spider rein. Wir haben hier Event beginnt play. Das ziehe ich uns ein bisschen raus. Und dann machen wir einmal Sequenz. Das heißt, eine Sequenz ist halt, ich habe jetzt hier, ich kann jetzt hier mehrere Pins ran machen, wenn ich möchte. Die kann ich jetzt zum Beispiel, also ich habe mehrere Ansteuerungspunkte, wo ich jetzt halt weitere Aktionen, äh, starten kann, wenn ich das möchte. Rechtsklick, Remove Pin. Nehmen wir sie wieder raus. Wir brauchen jetzt erstmal nur die beiden. So. Dann geht das nämlich auch schon los. Wir ziehen uns das Widget rein als erstes. Ja, so habe ich es ja hier auch gemacht. Dann Get User Widget. Object. Ja, also wir fragen jetzt, äh, oder wir wollen den User, also unsere Helfbar, ähm, hier die Helfbar Enemy, die wollen wir ansteuern, ja. So. In unserem Fall zieht das hier ein bisschen runter. Gehen wir weiter. Enemy, Cast to Enemy, Helfbar. So. Zieht das noch ein bisschen weiter weg. Dann gehen wir hier runter. Das soll er dann machen, wenn das Ganze quasi losgeht. So. Dann Remote to Variable, das heißt, wir speichern das Ganze einmal als Variable ab hier. Na, ich muss wohl noch ein bisschen mehr rüberziehen hier, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und, ähm, dann wollen wir einfach jetzt die Punkte ansteuern. Das ist einmal Helf. Also, ähm, Set Helf. Ja. Und wir brauchen Set Max Helf. So. Die beiden brauchen wir. Ich verbinde das jetzt alles. Zieh das ein bisschen rüber, dass man auch sieht, wie das hier langläuft. Und, ähm, wir haben ja hier unsere Max Helf. Die kommt hier hin. Get Max Helf. Geht da ran. Dann kriegen wir hier, ähm, dass er das quasi umwandelt. Ist ja eine Integer Variable. Er wandelt das um. Also konvertiert das schlussendlich in der Flut Variable. Und wir brauchen Live. Get Live. Und hier das Gleiche. Das ziehe ich uns so ein bisschen runter. Das ziehe ich so ein bisschen rüber. Da sieht das ein bisschen übersichtlicher aus. Und wir schauen mal. Wenn wir jetzt starten, haben wir jetzt hier quasi unsere Spinne. Aber wir sehen ja jetzt diese HP Bar. Die sehen wir jetzt nicht wirklich. Ähm, das müssen wir noch mal kurz ein bisschen einstellen. Wir gehen zurück. Wir gehen in Widget. Wir haben Space A World. Wir machen To Screen das Ganze. Und compilen das. Saving es. So. Und ihr seht, ich kann jetzt die Kamera drehen. Wir haben immer die helfbar. bei uns. Wie gesagt, sie ist jetzt ein bisschen groß. Man könnte sie jetzt auch ein bisschen kleiner machen. Das machen wir einfach hier an den ähm, an den Werten, an den Draw Size Werten schlussendlich. Ich würde sagen vielleicht 80 und 6. Und wir können mal sagen äh, Live 25 Compilen, Ctrl-Shift-S zum Speichern von allen wieder. So. Ah, ich denke, das ist okay. Die helfbar. Das passt. Na. Und so haben wir halt eine helfbar, die sich halt, egal wie ich die Kamera drehe, egal wo jetzt, äh, die Spinne hinläuft. Also ich kann jetzt auch von vorne angreifen oder seitlich. Ich sehe immer vernünftig die helfbar, ja. So. Ich würde sagen, damit haben wir das. Wir gehen natürlich wie immer nochmal durch schnell, ähm, was wir jetzt hier überhaupt erstellt haben, was wir überhaupt hier machen. Ähm, wir haben bei unserer Spinne schlussendlich zwei Integer-Variablen vergeben. Einmal die Max-Helf- Integer-Variabel. Da haben wir jetzt 50 reingesetzt. Ihr könnt da einen Wert nehmen, wie auch immer ihr möchtet. Das müsst ihr nachher mal so ein bisschen gucken, wenn ihr am Testen seid. Wie fühlt es sich an? Also wenn ihr jetzt drei, vier Spinnen, die euch angreifen, wenn ihr da jetzt ewig drauf rumknüppelt, kann ich euch sagen, nehmen wir mal an, die hätten jetzt 100 HP, ihr macht zum Anfang vielleicht nicht den abnormalen Schaden, vielleicht nur 15 oder so oder 20, dann könnt ihr euch hochrechnen. sagen wir mal, ihr macht 20 Schaden beim Gegner mit 100 HP, heißt es, ihr müsst da fünfmal raufkloppen. Das heißt, das Ganze dann mal vier, wenn ihr dann nur vier Spinnen habt, die euch angreifen, dann wisst ihr dann im Endeffekt, wo ihr dann nachher steht, beziehungsweise wo ihr seid, wie oft ihr da rumknüppelt bei nur vier Gegnern. Wie gesagt, macht nicht wirklich Spaß, deswegen sage ich immer so, dieses Fußvolk hier, diese Random Mobs, diese kleinen, die kriegen nicht viel HP, die können auch gut und gerne mit ein, zwei Schlägen weg sein. Ihr könnt dann hier auch später die Spinne nehmen, nimmt ein anderes Material, wir haben da ja noch ein anderes Material gehabt für die Spinne, wenn wir mal kurz gucken, hier ist sie, wir haben ja hier dieses andere, dieses Great Spider, das ist ja hier dieses Eismaterial, was wir haben, dann nehmt ihr die, macht in der Scale das Mesh ein bisschen größer von der Spinne und schlussendlich kann das ein Boss sein, da macht ihr einfach dann halt erstmal die HP ein bisschen höher. Am Anfang reicht das vollkommen aus, wenn ihr dann ein kleines Level baut, deswegen. Gut, wir haben jetzt aber gesagt, hier maximal hat die Spinne 50 Lebenspunkte und hier startmäßig soll sie natürlich auch 50 haben, das war jetzt natürlich nur zum Test. Also das ist jetzt das aktuelle Leben, das heißt, wenn sie Schaden kriegt, wird das subtrahiert, das maximale Leben bleibt immer gleich. Das hat damit zu tun, das kennt ihr schon aus der Health Bar, dass wir Health und Max Health halt dividieren, damit wir halt, wir wissen ja, dass dieses, gehen wir hier hin, bei der Progress Bar zum Füllen, das kann nur zwischen 0 und 1 liegen, ja, und wenn ich jetzt 50 durch 50 dividiere, dann habe ich halt 1, ne, deswegen dividieren wir hier unseren Health mit den Max Health, das wird dividiert und da ergibt sich dann natürlich hier die Variable für den Progress Bar raus zum Füllen. Dann haben wir das hier soweit fertig, wie gesagt, wir haben da noch eine Farbe vergeben, hier ist sie, ne, das ist so ein schönes Rot halt und dann haben wir bei Event Begin Play hier in unserer Spinne haben wir einfach eine Sequenz eingebaut, weil wir sagen, okay, wenn das Ganze losgeht, dann haben wir zum einen das hier, das ist ja die ganzen Sachen vom Blackboard und die Wanderdistanz und Startlocation abfragt, aber wir wollen auch, dass er die Health Bar abfragt, wir haben ja hier ein Widget quasi erstellt, das Ganze ist in Screen, Widget Class ist enemy-helfbar, wir haben die Draw Size geändert, einfach weil wir ja nicht so eine riesige Health Bar haben wollen, sondern wir haben sie jetzt 80 und 6 gemacht, wie gesagt, ist Geschmackssache, könnt ihr hier ein bisschen rumprobieren, ich finde das so ganz gut, vielleicht machen wir auch 80, 8, ich glaube, das kommt vielleicht sogar noch besser, dann nehmen wir dieses Widget, fragen halt getUserWidgetObject, damit wir halt das Objekt hier kriegen, denn wir casten hier hin und nehmen halt von der Enemy Health Bar das Ganze als Variable und setzen da halt einmal das Health und Max Health von quasi hier von dieser Blueprint hin zu Health Bar. zu dieser zu dieser Health Bar. Bitte nicht jetzt denken, wenn ich das jetzt bei jedem Gegner so mache und ich schlage eine Spinne, dass die anderen auch automatisch Schaden kriegen, das ist nicht, also das bezieht sich hier, deswegen haben wir hier das Widget genommen, bezieht sich nur auf diese Spinne jetzt, also diese Spinne, wenn die Schaden kriegt und andere laufen rum, auch wenn wir das hier hin casten, kriegen trotzdem keinen Schaden. So, wenn wir jetzt mal gucken, wie gesagt, wir haben hier eine Health Bar, ich denke mal, so von der Größe passt das, sieht ganz gut aus, genau. Okay, wie gesagt, das war jetzt das gewesen, recht, recht simpel, recht schnell gemacht, ich kann euch mal zeigen, das geht nachher hier noch ein bisschen weiter, ich habe das hier so gemacht und so werden wir später bei uns auch machen, zum Anfang, wenn ihr die Spinne, wenn die Spinne den Spieler noch nicht gesehen hat, dann wird das Ganze nicht angeschaltet sein, das Widget, also es wird unsichtbar sein und erst wenn sie Schaden kriegt oder den Spieler sieht und auf den Spieler zuläuft, erst dann schaltet sie sich in sichtbar wieder um. Das werden wir dann auch bauen. Ich gucke mal, ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir das so weit bauen, also da werden wir wieder ein bisschen größer das Ganze machen, da wird die Folge auch ein bisschen länger werden wieder, weil wir wieder ins Blackboard rein müssen schlussendlich in unsere Blackboard Data halt, da werde ich das mit euch machen, dass wir nämlich das Pound Sensing reinbauen, das heißt, dass es der Spieler gesehen werden kann, ja, also dieses Teil, dass die Spinne den Spieler finden kann, dass sie ihn sehen kann schlussendlich und, ja, dass sie dann auch den Spieler folgt, das werden wir machen halt, also hier dieses Player, Call Player Found, können wir kurz reingucken im Blackboard Behavior Tree, machen wir das anders, so, ja, also wir werden dann auch ein bisschen im Blackboard umher basteln, achso, wir werden auch noch das reinbauen, wie seit nächster Folge denke ich mal, wird es ein bisschen länger, vielleicht splitte ich auch die Folge, müssen wir mal sehen, wir müssen auch noch eingeben, dass die Spinner halt, ja, ob sie tot ist, eine Abfrage, ne, ist das hier, auch das werden wir reinbauen, also einmal, dass die Spinne abgefragt wird, ob sie tot ist oder halt nicht tot ist, ne, wenn sie tot ist, dann soll er das ausführen, aber hier überhaupt erst mal diese Abfrage, ist sie tot, ist sie nicht tot, ja, also dass wir das auch noch setzen, damit wir hier mit dem Selektor weiterbauen können, dann haben wir hier einmal Player found und dann Player not found, ja, das ist halt, wenn Player ist, der Player ist nicht gesetzt und hier haben wir einmal Player ist gesetzt und, ähm, das sind halt die Objekte, ja, also wenn das Objekt gesetzt ist hier, dann geht er hier in den Selektor, läuft hier ganz durch, das kennen wir schon, das haben wir ja soweit hier schon alles soweit gebaut, äh, nur noch nicht das gesetzt und hier müssen wir halt das dann einsetzen, wenn der Spieler quasi da ist, ähm, ja, dass sie dann halt zum Spieler hinläuft zum einen, ne, und, äh, ab einer gewissen Range, äh, soll der Spieler natürlich dann auch angegriffen werden, ja, das ist dann hier quasi, so sieht das aus, ähm, um den Spieler halt anzugreifen, hier seht ihr das halt mit Range Abfrage, aber wie gesagt, das kommt dann in der nächsten Folge, braucht jetzt noch keinen, keine Gedanken euch drüber machen, wir machen das ja Stück für Stück, damit ihr das auch versteht halt, weil gerade, ich sag mal, Behavior Tree habe ich doch auch persönlich Schwierigkeiten gehabt, aber auch doch bei anderen gesehen, dass es da immer so ein bisschen Missverständnisse gibt, äh, gerade so, was ist Selector, äh, was ist Sequenz, wie läuft es durch, wie kann ich jetzt hier die Variablen setzen, ähm, deswegen, gut, aber wie gesagt, jetzt haben wir erstmal unsere Spinne so weit, dass sie eine Helfbar hat, nächste Folge, wie gesagt, werden wir uns beimachen, dass wir das Paaren Sensing reinbauen, ich denke mal, dann werden wir auch noch schauen, dass unsere Spinne, äh, die Settings halt hier noch ein bisschen übernehmen halt, ihr seht hier, die Capsule hier ist bedeutend, ähm, größer, als die von unserer Spinne, na, wenn wir hier gucken, auch das werden wir ändern, also wir werden nächste Folge, denke ich mal, die Settings reinnehmen, und dann halt das Paaren Sensing, und darauf schon mal ein bisschen aufbauen, da denke ich mal, dass dann die nächsten ein, zwei, drei Folgen, bis wir so weit sind, dass der Spieler angegriffen werden kann, ähm, wird sich da, denke ich mal, ja, noch ein bisschen hinziehen, gut, das war's dann aber erstmal, äh, von meiner Seite, wie gesagt, nächste Folge gibt's dann wieder am Freitag, und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid, ähm, könnt natürlich auch gerne, falls ihr Fragen habt, äh, oder sonstiges, äh, gerne in die Kommentare reinsetzen, übrigens eine Sache noch am Rande, wenn wir das hier soweit fertig haben, dass wir, äh, die Spinne angreifen können, wie gesagt, Heidrenken nehmen können wir schon und alles, dann, ähm, denke ich mal, wenn, wenn ihr da nicht weiter Fragen habt zu dem Projekt, oder irgendwelche Vorschläge noch zu dem Projekt, ähm, denke ich mal, wird's das dann auch erstmal gewesen sein, dann werde ich es in Zukunft auch machen, einfach halt, zeitmäßig, da ist nicht anders, dass ich dann immer mal zwischendurch so größere Tutorials rausbringe, die werden dann auf jeden Fall länger gehen, aber, ähm, ja, da werden dann halt so einzelne Sachen, ähm, ja, bearbeitet, angegangen, sag ich mal, die mir mal so einfallen, die man dann auch mal so zwischendurch schnell machen kann, die ihr auch vielleicht für euer Projekt übernehmen könnt. Gut, also, wie gesagt, ich bin damit raus, gerne bis zum nächsten Mal, euer Zissl, ciao, Ciao.